Servus und herzlich Willkommen hier bei AMARS90, vielen Dank fürs Einschalten. Heute mal ein Video wieder über World of Warcraft und für mich ein cooles Video, denn wir sprechen darüber, warum lohnt es sich noch in 2020 in Battle for Azeroth mit WoW anzufangen oder wieder einzusteigen, bald kommt die Shadowlands Erweiterung, viele denken sich wahrscheinlich, mmmm Endcontent, so habe ich nicht so wirklich Lust drauf, aber ich möchte mal ein paar Gründe aufzählen, warum es sich dennoch lohnt jetzt mit WoW wieder anzufangen oder halt generell als neuer Spieler zu starten, dazu habe ich mir ein paar Punkte gemacht, wo ich denke, die eigentlich ja doch ziemlich ziemlich passend sind und zwar allein schon, wenn Shadowlands beginnt, beziehungsweise wenn der Pre-Patch erscheint, das jetzt denke ich mal irgendwann die nächsten Monate kommen wird, ich denke ich gehe mal so von einem Release aus November 2020, wenn jetzt nicht noch irgendwas so dazwischen kommen sollte, was größere, gehe ich ganz stark davon aus, dass November 2020 Shadowlands kommen wird, das ist jetzt eine reine Vermutung, aber auf jeden Fall wird es dann schwer sein Anschluss zu finden, weil viele Leute viel am machen sind. Jetzt ist genau der ideale Zeitpunkt, um noch eine Gilde, eine Community, paar Mitspieler, Freunde, Social-Freunde irgendwie sich in World of Warcraft zu netzwerken, dass man einfach so ein paar Leute hat, mit denen man dann leveln kann, Dungeons machen kann, Torgast machen kann, halt die ganzen coolen Features in Shadowlands erkunden kann. Da kriegt man jetzt noch, auf jeden Fall, oder man kann sich jetzt sehr, sehr, sehr gut aufbauen, um die Leute zusammen zu bekommen, dass man dann in Shadowlands mit mehreren Leuten direkt cool durchstarten kann. Dann ist natürlich für die Wiederkehrer jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, sag ich mal, alte Erfolge nachzuholen, die man liegen gelassen hat, weil die vielleicht noch zu schwer waren, Visionen oder Entsod-Raid oder Daza-Law-Raid oder, 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 kann man jetzt doch wunderbar machen, aber auch alte Erfolge. Wenn man jetzt aktiv gespielt hat und ein paar Monate oder Wochen Pause gemacht hat, ist es natürlich ziemlich cool, jetzt einfach Erfolge zu farmen aus den älteren Expansion-Packs, Legion-ähnliches, alle Artefakt-Vorlagen oder sowas. Jetzt hat man gerade die Zeit. Wenn Shadowlands kommt, hat man mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und jetzt kann man sich einfach noch voll und ganz auf die Erfolge stürzen und alles schön nachholen, weil es jetzt auch noch viele aktive Leute gibt, mit denen man das Ganze machen kann und weil es wahrscheinlich jetzt ziemlich einfach ist, da man immer am Ende einer Expansion natürlich auch relativ gutes Gear, auch relativ einfach bekommt. Dann, was noch ganz wichtig ist, finde ich für mich persönlich, mit Shadowlands kriegen wir wieder eine sehr starke Überarbeitung der Klassen. Alle, so gut wie alle Klassen werden eigentlich ein wenig überarbeitet, manche mehr, manche weniger in den anderen Videos oder beziehungsweise ich habe früher schon ein paar Videos gemacht von der Alpha, da waren schon viele Klassenanpassungen, aber auch in Zukunft werde ich noch weitere Videos jetzt machen, wenn ich jetzt die Beta spiele. Und man kann sich halt einfach schon ein bisschen einrufen. Also die Klassenanpassungen werden so gut wie immer im Pre-Patch von Shadowlands, also von der nächsten Expansion kommen. Da kommen schon die großen Main-Änderungen allesamt mit und darunter auch die Klassen-Änderungen. Das heißt, es ist jetzt ein verdammt guter Zeitpunkt, sich dann die, wenn der Pre-Patch kommt, der bald kommen wird, die Klassen so mal anzuschauen, mal zu gucken. Also sich vorher am besten schon auf 120 zu leveln und sich dann einfach so mal die Klasse anzuschauen. Wie ist das Gameplay? Hat sich zu stark verändert? Habe ich da keinen Bock mehr drauf? Oder macht die Klassen mir jetzt besonders sehr viel Spaß? Da kann man sich dann halt richtig schön eingrooven und für Shadowlands auf jeden Fall am Start sein. Generell muss ich sagen, kann man jetzt noch sein favoritisiertes Volk-Hochstab haben. Wenn man irgendwie jetzt ein verbündetes Volk haben möchte oder sonst was, ist natürlich jetzt ein cooler Zeitpunkt, sich schon mal sein verbündetes Volk freizuschalten, die Klasse auf 120 zu pumpen und dann halt mit der Klasse oder mit, beziehungsweise was man sich ausgewählt hat, halt eingrooven und dann kann man halt in Shadowlands direkt starten. Und das ist natürlich ein sehr cooler Vorteil, weil man jetzt hat einfach gerade Zeit. Generell Gold-Ausrüstung, mal ein bisschen Gold-Level nochmal wieder hochpacken. Für die, die vielleicht den Brudosaurus gekauft haben oder so, haben wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel Gold mehr, aber auch so kann man sich einfach ein bisschen ausrüsten mit ein bisschen Gold, dass man einfach cool am Start ist für Shadowlands, fürs Pre-Patch-Event. Dann kann man jetzt natürlich auch noch sehr, sehr, sehr gut aktuellen Content machen. Also Battle for Arturo-Content. Endsoft-Mount geht mit Pre-Patch oder beziehungsweise mit Erscheinen von Shadowlands, ist das Endsoft-Mount weg, was man für die Quest bekommt, wenn man ihn auf Hero schlägt. Man findet momentan sehr, sehr viele Gruppen noch, also wirklich sehr viele Gruppen, die halt einfach da durchrennen, weil auch das relativ einfach geworden ist. Jaina, Mythic-Mount, auch sehr, sehr einfach, sag ich mal. Man findet auf jeden Fall Gruppen, womit man das richtig, richtig schön machen kann. Also da hat man jetzt auch noch relativ viel Zeit. Dann kommt jetzt bald, wie gesagt, das Pre-Event, wo man natürlich noch richtig geil leveln kann und Spielsachen bekommt meistens, einzigartiges Zeug meistens bekommt. Also von da an sehr viel, was man dort tun kann. Und an dieser Stelle muss ich sagen, es ist auf jeden Fall World of Warcraft, Battle for Arturo war natürlich ein bisschen schwach, aber es ist ein sehr guter Zeitpunkt jetzt einzusteigen. World of Warcraft ist immer noch ein Spiel nach 16 Jahren jetzt fast, was richtig gute, geile Updates beinhaltet. Shadowlands bietet so viel, die Entwickler sind so viel auf die Community, auf das Feedback eingegangen und gehen es gerade immer noch. Also ich kann nur eine ganz klare Empfehlung dafür aussprechen. Fangt an mit World of Warcraft, macht die Community größer, bildet euch oder kommt in eine Community, kommt in eine Gilde, spielt schön zusammen. Das ist das, was von meiner Seite aus auf jeden Fall, ich werde Azeroth nie den Rücken kehren und ich hoffe, dass man sich dann bald im Spiel vielleicht trifft. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen die Lust wecken konnte, zu sagen könnte, ah ja, der und der Erfolg, der liegt noch irgendwo. Offen, den könnte ich jetzt noch machen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei, gute Drops, viele Mounts. Checkt auch natürlich meinen Twitch-Kanal aus, wo ich die Beta von WoW Shadowlands streamen werde. Natürlich auch hier Kanal abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Servus und Ade!